Es war 18.15 Uhr in Butler County, einem Landstrich mit viel grünem Gras und roten Make America Great Again Kappen im Rostgürtel des politisch wichtigen Swing States Pennsylvania. Trump hatte gerade eine Wahlkundgebung unter freiem Himmel begonnen. Plötzlich sind mehrere Knallgeräusche zu hören. Der US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump fasst sich ans Ohr und wirft sich hinter das kugelsichere Rednerpult. Seine bewaffneten Personenschützer schirmen Trump eilig ab. Es ist ein Bild, das bis zur US-Wahl am 2. November vermutlich noch häufiger zu sehen sein wird. Trump nur Sekunden nach dem Streifschussattentat mit geballter Faust in Richtung Himmel. Er ruft das Publikum auf zu kämpfen, seine Anhänger jubeln. Er überlebte das Attentat durch den 20-jährigen Schützen wohl nur knapp. Das der Täter wurde vom Secret Service eliminiert. Ein Zuschauer wurde getötet, zwei weitere schwer verletzt. Zweieinhalb Stunden nach dem Mordversuch meldete sich Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social zu Wort. Ich wurde von einer Kugel getroffen, die den oberen Teil meines rechten Ohrs durchschlug, berichtet der Ex-Präsident. Es habe viel geblutet. Ansonsten aber scheint es dem 78-Jährigen gut zu gehen. Nach dem versuchten Mordanschlag auf Donald Trump ist klar. Einen großen Stimmungsumschwung bei den Wählern mit Blick auf die US-Präsidentschaftswahl im November gibt es nicht. Die Frage ist nun, wie verändert das Attentat den politischen Wahlkampf in den USA und könnte es sogar die Chancen auf einen Wahlstieg Trumps steigern? Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge Story Scanner. Mein Name ist Sandra Beck und über genau dieses Thema spreche ich heute mit unserem Krone-Auslandsredakteur Clemens Zawaski. Es ist wohl eine weiterhin sehr aufgeheizte Stimmung in den USA, die sich durch das Attentat auf Donald Trump am Samstagjahr nicht verbessern dürfte. Clemens, ist der Anschlag auf Donald Trump eine Zäsur im angelaufenen US-Wahlkampf um das Präsidentenamt? Naja, es ist zum einen einmal so, es ist wahrscheinlich der vorläufige Höhepunkt einer Entwicklung, die eine massive Polarisierung der amerikanischen, nicht nur der amerikanischen, aber der Politik. Oder der vorläufige Höhepunkt dieser Polarisierung und jetzt ist die Frage, besinnen sich die Leute darauf, dass man eventuell ein bisschen einen ruhigeren Ton im Wahlkampf anschlägt oder gleitet die USA komplett ins Chaos ab. Das ist halt jetzt das, worauf es ankommt. Und das wird man jetzt am, vor allem jetzt bei der National Convention der Republikaner, wo ja der Trump gestern erstmals öffentlich aufgetreten ist. Er hat noch nicht geredet, er redet am Donnerstag. Aber das ist mehr oder weniger so der erste Test jetzt. Wie wird dort auf das Attentat reagiert? Bleibt es beim ruhigen Ton? Oder wird Joe Biden die Schuld gegeben? Oder wen auch immer? Oder die großen Verschwörungstheorien? Was man dazu sagen muss noch, eigentlich, also wenn wir reden vom Wahlkampf, eigentlich hat der Wahlkampf noch gar nicht angefangen. Also wir sind eigentlich ja noch im Vorwahlkampf, wurde ja gerade erst bestätigt. Der Wahlkampf geht dann in die heiße Phase, so mit September wahrscheinlich, da wird es dann schlagend. Aber es ist auf alle Fälle ja ein entscheidender Moment. Das Motiv des Attentätes ist ja nach wie vor unklar und auch der Hergang der Tat stellt die amerikanischen Behörden ja vor eine große Herausforderung. Augenzeugen berichten, sie hätten die Behörden sogar vor dem Mann mit der Waffe gewarnt. Wenn man jetzt die Bilder betrachtet, von wo der Täter den Streifschuss abgeben konnte, der ja offenkundig sehr nah war, um welche Fragen sich jetzt auch alle stellen, was meinst du, wie konnte es überhaupt dazu kommen? Oder lässt sich hier eine Sicherheitslücke von Seiten des Secret Service feststellen? Nein, ich bin jetzt kein unbedingter Experte, was die Sicherheit von anderen Leuten oder wie man die quasi ausübt. Was man schon sagen kann, also Trump hat den Secret Service extrem gelobt für die schnelle Reaktion und hat auch ganz, ganz begeistert davon, dass er den Attentäter mit einem Schuss zwischen die Augen ausgeschaltet haben. Was ich mich frage, ist, warum es so lange gedauert hat, dass er von der Bühne kam. Also das müsste eigentlich schneller gehen. Dann, dass er dann beim Einsteigen ins Auto noch einmal die Chance hat, mehr oder weniger sich loszureißen und die Faust in den Himmel zu recken und nochmal den Anhängern zuzuwinken. Ich meine, natürlich ist so ein Mensch wie er, der extrem von diesem Bad in der Menge lebt und der sehr darauf steht, ist es schwierig, den zu schützen. Aber ja, ein paar Fragen wird sich der Secret Service da sicher stellen müssen. Was den Schützen betrifft, also so nah, 160 Meter klingt nah, ist es aber nicht. Also wir hatten das auch mit einem Experten von der Vega besprochen, der hat gesagt, bei 160 Metern wird das Ziel schon sehr klein. Also das muss ein extrem guter Schütze gewesen sein und worauf sich der Secret Service jetzt beruft, weil man ja sagt, die Polizei wurde darauf hingewiesen oder der Secret Service wurde darauf hingewiesen, dass da einer herumgreift. Das war außerhalb des Sicherheitsbereichs vom Secret Service. Das heißt, eigentlich war auf diesem Fabriksgebäude, glaube ich, war es, war eigentlich die Polizei zuständig. Und man hat ja auch gesagt, dass es verdeckt war teilweise, oder? Dass man das deswegen nicht sehen konnte. Und der Secret Service wird sich sicher einige Fragen stellen müssen, warum das so schwierig war oder warum sie da, wie es möglich war, dass der da ungehindert auf Trump schießen konnte. Andererseits ist halt bei solchen Veranstaltungen, das ist auf einem freien Feld, das ist von überall einsehbar. Also ja, so gut schützen, glaube ich, da müssen sie sich vor einem hinstellen die ganze Zeit. Dann wird es vielleicht was helfen. Du hast es ja eh vorher schon angesprochen, diese Woche findet ja der Parteitag der Republikaner statt. Und auch das Verfahren der Dokumentenaffäre um Donald Trump wurde ja am Montag durch eine Richterin eingestellt. Wie sicher siehst du jetzt eigentlich den Sieg Donald Trumps für die bevorstehende US-Wahl? Also oder würdest du sagen, sind seine Chancen eigentlich durch diese Vorkommnisse gestiegen? Ich würde jetzt mal sagen, die Chancen sind gestiegen. Sicherer Wahlsieger ist er de facto noch nicht. Für was wir nicht vergessen dürfen, wir haben noch immer fünf Monate bis zur Wahl. Und wenn man sich an 2016 erinnert, wo, glaube ich, ein Monat vor der Wahl diese Tonaufnahme von Donald Trump öffentlich wurde mit Grab him by the pussy, Grab him by the pussy und so weiter und so fort, wo dann hieß, okay, damit hat er die Wahl verloren. Also das ist so dermaßen widerlich und sexistisch und so einer kann nicht Präsident der stärksten Macht der Welt werden und er hat die Wahl gewonnen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das schon der Wahlsieg ist. Wenn man sich die Umfragewerte nämlich auch der letzten Wochen anschaut, wo es immer geheißen hat, wegen Joe Biden und seinem Alter und dass Trump quasi eh diese Wahl mehr oder weniger aufgrund der Gebrechlichkeit und der Aussetzer von Biden schon gewonnen hat, er hat eigentlich in den Umfragen dann nie wirklich zugewonnen. Das waren immer so ein bis zwei Prozentpunkte und eigentlich war Biden trotzdem noch immer voran. Jetzt hat Trump natürlich, sage ich einmal, die Sympathie auf seinen Seiten. Also kurzfristig wird es einmal sicher ein Boost für ihn sein, aber wie gesagt, es sind fünf Monate bis zur Wahl und da kann noch extrem viel passieren. Das Bild Donald Trumps mit hochgestreckter Faust, Sekunden nach dem Anschlag auf ihn, ging ja um die Welt. Viele Experten sehen das ja als Sinnbild seiner Ideologie, nämlich die des Einzelkämpfers beziehungsweise des Märtyrers. Wie würdest du das einordnen? Naja, diese American Hero Geschichten, die gefallen den Amis natürlich sehr gut und man muss schon sagen, die Bilder sind, man muss jetzt kein Freund oder Fan von Trump sein, aber die Bilder von ihm mit gestreckter Faust, Blut verschmiert und der Flagge im Hintergrund, das ist schon sehr ikonisch. Also da, ja, also da muss man zugestehen, dass das schon einen Effekt haben kann. Der Effekt, den es jetzt ja auch im Vergleich natürlich mit Joe Biden hat, das ist Donald Trump, der dynamische Alphamann, der Siegertyp, der nicht mal von einer Kugel aufgehalten werden kann. Und auf der anderen Seite hast du den 81-jährigen Joe Biden, der keine Treppe mehr irgendwie ohne fremde Hilfe aufsteigen kann. Also wenn sich dann Wähler fragen jetzt in Zeiten wie diesen mit Krieg und Krise und so weiter und so fort und ich hätte gern den stärkeren Mann an der Spitze, dann ist die Antwort jetzt momentan natürlich relativ klar, wer da die Nase vorn hat. Aber wie gesagt, wir haben noch fünf Monate und mal schauen, was noch passiert. Kommen wir kurz auf die Reaktion von Joe Biden zu sprechen. Ein Sprachbild, das der amtierende Präsident Joe Biden eben nach dem Attentat gesetzt war, war, we must unite as one nation, also zusammenstehen als eine Nation. Denn auch er hat ja mit verbalen Angriffen gegenüber Trump zuvor nicht gespart. Er hat aber natürlich den Anschlag auf Trump klar verurteilt. Was bedeutet das jetzt eigentlich für seinen Wahlkampf? Glaubst du, dass er jetzt leiser und zurückhaltender agieren wird? Oder müssen sich die Demokraten jetzt eine neue Strategie überlegen für die zweite Phase des Wahlkampfes? Wie gesagt, wir müssen, wie wir schon gesagt haben, wir müssen einmal abwarten, wie die National Convention jetzt abläuft. Wenn dort der Ton halbwegs normal gemäßigt bleibt, gehe ich davon aus, dass der Wahlkampf jetzt zumindest für eine Zeit lang etwas ruhiger wird und man eher auf dieses, das war ja auch etwas, was Donald Trump angesprochen hat, das Land vereinigen und so weiter und so fort. Und Biden, natürlich muss jetzt auch diese Strategie weiter verfolgen. Ich glaube nur, dass es über kurz oder lang wird es wieder laut werden. Eben wenn dann vor allem die heiße Phase des Wahlkampfs so mit September beginnt, dann werden die verbal Rundumschläge wieder zunehmen. Und Biden, er wurde dafür kritisiert, dass er wenige Tage vor dem Attentat ja gesagt hat, man solle Trump ins Visier nehmen. Dafür hat er sich ja jetzt entschuldigt. Ob sich die Demokraten eine neue Strategie überlegen müssen? Nein, ehrlicherweise glaube ich es nicht. Noch einmal, es sind noch fünf Monate und der Wahlkampf wird eventuell jetzt kurz leise werden, wird aber wieder laut werden. Also können wir uns ziemlich sicher sein. Aber eigentlich Umfragen zufolge sieht es ja eigentlich derzeit wirklich nicht so gut aus für die Demokraten. Also du hast es ja eh vorhin schon angesprochen, nicht zuletzt wegen der Altersdebatte um Joe Biden und seine NATO-Versprecher, was ja den Republikanern jetzt so viel mediale Aufmerksamkeit verholfen hat. Haben jetzt deiner Ansicht nach die Demokraten nur noch eine Chance, wenn Biden als Kandidat zurücktritt? Der Parteitag der Demokraten ist ja nur mehr in einem Monat, dem 19. August. Nein, ich würde den Joe Biden nach wie vor nicht abschreiben. Ja, es sind jetzt keine glücklichen Auftritte von ihm gewesen in den letzten Wochen und Monaten. Und auch ich bezweifle ganz ernsthaft, ob es klug war, sich auf ihn zu verlassen als demokratischer Präsidentschaftskandidat. Aber ich glaube persönlich, es ist klüger, just stick to the candidate. Also sie bleiben jetzt bei dem, den sie haben. Weil wenn sie jetzt anfangen, einen neuen zu suchen, den neu zu bewerben, dann tatsächlich eine neue Strategie, Wahlkampfstrategie aufstellen zu müssen, dann wird es, glaube ich, schwierig. Und es drängt sich jetzt auch nicht wirklich einer auf. Und ich glaube, es wäre politisch riskant, zum Beispiel für einen Gavin Newsom oder so weiter, der eventuell in ein paar Jahren Kandidat der Demokraten werden kann, jetzt eine politische Karriere schon zu riskieren, indem er gegen einen Donald Trump antritt. Ich glaube, das will keiner riskieren. Und bei Joe Biden kann man sich ziemlich sicher sein, dass es eine letzte Amtszeit wird, egal wie lange sie dauern wird. Das heißt, bei der nächsten Wahl hat man einen neuen Kandidaten, der frisch ins Rennen geht. Und jetzt verlässt man sich, glaube ich, eher darauf, dass es Biden trotz aller Versprecher und trotz aller Aussetzer, die er hatte, gelingen wird, gegen Trump zu gewinnen. Weil es einfach, wenn man das Attentat, das zum Beispiel nochmal hernimmt und auf die Frage zurückgeht, ob das ihm jetzt Sympathiepunkte bringt. Ich glaube, diejenigen, die Trump wählen wollen, tun es ohnehin schon. Für die Wechselwähler bin ich mir jetzt nicht sicher, ob dieses Attentat tatsächlich diese Sympathiepunkte bringt, dass sie sagen, okay, jetzt extra wähle ich jetzt den Donald Trump. Also ich glaube, dass, sage ich mal, Plafond der Trump-Wähler eigentlich mehr oder weniger schon erreicht ist. Also ich glaube, Trump wird in den nächsten fünf Monaten des Wahlkampfs noch mehr liefern müssen, als nur sich auf das Attentat zu berufen. Weil wir auch in Österreich wissen, das innenpolitische Gedächtnis ist relativ kurz. Ja, es war ein Attentat. Ja, das ist jetzt nicht so, dass das einfach nur irgendein Versprecher oder irgendein anderer Zwischenfall war. Aber er wird sich jetzt nicht den ganzen Wahlkampf nur auf das berufen können. Wenn wir nun mal auf Europa blicken, auch da kam es ja in den vergangenen Wochen und Monaten vermehrt zur Gewalt gegenüber Politiker und Politikerinnen, wie zum Beispiel in der Slowakei, das Schussattentat gegenüber des slowakischen Präsidenten Robert Vizzo oder auch in Deutschland gegenüber dem SPD-Politiker Matthias Ecke in Sachsen. Und auch in Österreich kam es ja zu versuchen, Politiker anzugreifen. Woher kommt eigentlich dieses Gewaltpotenzial gegenüber Menschen in der Politik? Ja, das ist eine Entwicklung, die sich einfach über die letzten Jahre, Jahrzehnte die Fahrt aufgenommen hat. Es ist der politische Ton auch bei uns rauer geworden. Wenn wir einen reinen Blick auf die USA zum Beispiel werfen, da war Mitte der 90er die Midterm Elections, wo die Republikaner plötzlich, also bis auf den Präsidenten, also die hatten das Repräsentantenhaus und im Senat die Mehrheit und gingen aber komplett weg von dem, was wir damals die Konsensdemokratie nannten. Also dass man sich mit den Demokraten trotzdem irgendwie arrangiert. Und der Newt Gingrich ist es dann auf einmal, nein, nein, die Demokraten sind jetzt unsere erklärter Feind auf immer und ewig. Und man ging weg, dass man irgendwie eine politische Zusammenarbeit gesucht hat. Und das sieht man in Europa und auch in Österreich, vor allem in den letzten zehn Jahren auch ganz massiv. Also eine große Koalition, ÖVP, SPÖ, halte ich jetzt für, wenn sich da nicht im Personal, was massiv ändert zum Beispiel, für eher ausgeschlossen, weil die haben sich so dermaßen angefeindet über die letzten 20 Jahre. Und der Ton ist so dermaßen rau geworden, dass offensichtlich auch Gewalt irgendwie so ist, dass das letzte oder ein probates Mittel in der Politik wieder geworden ist. In den USA sind es 10 Prozent der Leute, die sagen, sie würden auch mit Gewalt einen Donald Trump als Präsident durchsetzen wollen. Warum es so weit gekommen ist, muss man halt auch die letzten Jahre ein bisschen anschauen. Es sind extrem viele Ohnmachtsgefühle, wir haben extrem viele Krisen. Es ist ein extrem verbreitetes Gefühl, nicht gehört zu werden. Das nützen natürlich die politischen Ränder, das nützen die Linken wie die Rechten ganz massiv. Dieser Populismus nistet sich genau in diesem Gedankengut ein, bietet zwar keine Lösungen an, aber hört dir zumindest zu. Und das ist halt natürlich irrsinnig gefährlich. Und da sehe ich halt dann schon auch bei uns in Europa die politische Mitte irgendwie in der Verantwortung, dass sie da ein Angebot machen muss. Weil man muss auch ganz klar sagen, die größte Wählergruppe sind momentan die Nichtwähler. Und das heißt, der linke und der rechte Rand sind an Wählerpotenzial ausgeschöpft. Wer links und rechts wählen will, weil er mit der Mitte unzufrieden ist, der tut es ja ohnehin schon. Aber ich habe da eine irrsinnig große Gruppe, die unentschlossen ist. Und der muss sich ein Angebot machen. Und das Problem ist, die Mitte schafft es momentan nicht, dieses Angebot irgendwie zu kommunizieren oder überhaupt eins zu stellen. Und der Zulauf von links und rechts wird immer größer. Und wohin das jetzt noch geht, habe ich keine Ahnung. Aber man muss sich auch nur die Reden eines Donald Trump zum Beispiel auch vor ein paar Jahren oder auch jetzt noch anhören. Man muss sich die Reden von rechtsextremen Politikern anhören. Man erinnert sich an einen Alexander Gauland, der gesagt hat, wir müssen Merkel jagen. Also diese Menschen haben alle Verantwortung dafür, dass es jetzt so weit gekommen ist, dass auf einmal wieder auf Politiker geschossen wird. Viele Experten sehen ja das Problem vor allem in der Desinformation der Menschen und auch in den sozialen Medien wird dadurch polarisiert und die Gesellschaft vermehrt gespaltet. Schon kurze Zeit, ja auch nach dem Attentat auf Ex-Präsident Trump, kursierten in den sozialen Netzwerken falsche Anschuldigungen und auch Verschwörungserzählungen. Was denkst du denn, wie könnte diesem Problem gezielt entgegengewirkt werden? Ja, es ist dann relativ rasch nach dem Attentat natürlich diverse Verschwörungstheorien und Erzählungen aufgepoppt. Zum einen natürlich, dass die eine Seite gesagt hat, es war ein inszeniertes Attentat, also aus 160 Meter Entfernung einen Ohrstreifschuss hinzubekommen. Also diesen Sniper, glaube ich, gibt es auf der ganzen Welt nicht, der das hinbekommt. Also das war fix einmal nicht inszeniert. Und von der anderen Seite, dass eben Trump quasi vom System zum Schweigen gebracht werden sollte. Und da muss ich mir den Attentäter anschauen, das ist kein mexikanischer oder muslimischer oder sonst irgendein Immigrant, dem man da irgendwie praktisch die Schuld geben könnte, sondern das ist ein 20-jähriger Bub aus der Mittelschicht rund um Pittsburgh, der da auf Trump geschossen hat. Also da funktioniert die Erzählung der Verschwörungstheorie einfach nicht. Also das ist keiner. Da funktioniert die Erzählung der System. Habe Trump absichtlich umbringen wollen, lässt sich nicht mit einem 20-jährigen Bub aus Pittsburgh fertig erzählen. Also das kann man da, glaube ich, einmal relativ klar ausschließen. Das Problem natürlich mit der Desinformation und Fake News und so weiter, das begleitet uns ja schon seit Jahren. Das ist im Zeitalter von Social Media und KI für uns als Medien extrem schwierig geworden, dass da Vertrauen wieder aufgebaut wird, sage ich. Ich meine, wir können einfach nur weiter unsere qualitativ hochwertige Arbeit weitermachen wie bisher und hoffen, sage ich einmal, dass man uns glaubt. Was ich jetzt in Bezug auf das Attentat bei Trump noch relativ interessant finde, die Amerikaner haben halt eigentlich eine Eigenart. Das hat man gesehen bei Kennedy, das hat man gesehen bei Reagan, das hat man gesehen bei Lincoln und so weiter und so fort. Also wenn man den Präsidenten angreift oder einen Spitzenpolitiker angreift, dann schließen sich im Normalfall hinter dieser Person die Reihen. Also das Reagan, weil es auf Reagan geschossen wurde, hat er bei der nächsten Präsidentschaftswahl 49 von 50 Bundesstaaten gewonnen. Also das ist eigentlich immer ein praktikabler Effekt unter Anführungszeichen. Das ist bei Trump nicht so. Also das schließen sich die republikanischen Reihen jetzt hinter ihm, auch wenn noch immer kritische Stimmen da sind. Aber es ist nicht so, dass es von demokratischer, nicht mal von Biden kritischer demokratischer Seite jetzt kommt hinter dem, das ist jetzt der, der das Land vereinen will. Ganz im Gegenteil. Das ist eher, zweifelt man noch immer an seiner Tauglichkeit, das Land zu vereinen. Und wie vorher schon gesagt, es wird jetzt davon abhängen von seiner Rede am Donnerstag. Das ist tatsächlich jetzt, glaube ich, dann so der Wendepunkt, wie er auf das Attentat und auf alles reagieren wird. Bis dorthin, ja, können wir nur abwarten und schauen, wie es weitergeht. Das stimmt, da hast du recht. Ja, vielen Dank, Clemens, dass du heute bei mir im Studio warst. Dankeschön. Danke für die Einladung. Keine 48 Stunden nach dem Attentat auf ihn ist der republikanische US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump mit einem weißen Verband am Ohr auf dem Parteitag seiner Partei erschienen. Die Delegierten haben den 78-Jährigen offiziell als Kandidaten für die Präsidentschaftswahl im November nominiert. Auf ihrem Treffen in Milwaukee verabschiedeten die Delegierten zudem ihr Programm mit dem Titel America First, A Return to Common Sense. Und Trumps früherer Kritiker J.D. Vince wurde offiziell als Vizepräsident nominiert. Heute habe ich mit Krone-Außenpolitik-Redakteur Clemens Zawaski gesprochen. Seine informativen und gut recherchierten Geschichten finden Sie auf krone.at zum Nachlesen. Die Links dazu und weitere Informationen über die Pläne Trumps des Project 25 zum radikalen Umbau der USA habe ich Ihnen in den Shownotes verlinkt. Wenn Sie unsere Arbeit informativ und interessant finden, würden wir uns freuen, wenn Sie uns mit einem Abo auf krone.at slash abo unterstützen würden. Wir freuen uns auch über Ihre Meinung zu diesem Podcast an kroneplus at kronenzeitung.at. Lieben Dank Ihnen fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch die Woche und bis nächsten Mittwoch.